Ich habe mal kurz eine ganz doofe Frage, haben wir eigentlich alle die gleichen Tasks? Nein, nein. Nein, nein. Ja, äh, Lower Engine. Und Nappel und Werra, die andere Farbe, da kam mir noch einer. Ich war da in Electrical, meinst du, ne? Ja, ja, zwei Leute kamen in Electrical. Ich bin von Admin über Storage nach Electrical gegangen. Ich schläft auch vorher in Admin, genau. Lower Engine. Ich glaube tatsächlich, dass Tempest und Sam es nicht waren, weil Tempest und Sam beide in Navigation waren, was relativ auf der anderen Seite ist und ich mit den beiden kurz so drin war und irgendwas gemacht habe. Ich bin mir ganz sicher, dass der Icke nicht ist. Der konnte mich die ganze Zeit umbringen. Am Anfang. Selbes kann ich über Tempest sagen. Selbe ist dein Idiom. Selbe kann ich über Flev sagen. Ja. Aber Martin und Fabian, ihr könnt euch zu 100% stecken. Weil ihr kamt mir beide gerade entgegen. Das war ein bisschen zu mir. Jedenfalls ab dem Zeitpunkt, wo wir in Admin waren. Danach nicht mehr. Wo wart'n ihr vorher? Äh, vorher, ich bin halt rechts rum. Erstmal Navigation, dann runter zu Shields. Da war auch so ein ganzer Trupp. Ich glaube, Sam war da noch. Das stimmt. Icke ist auch da lang. Ich bin gerade noch an der anderen Seite da lang. Dann bin ich hoch zu Admin. Und ja. Dann seid ihr von Admin zusammen in Electrical reingelaufen? Ja, so gut wie hier. Electrical bin ich halt nur hoch. Wenn ihr stecken könnt, ich bin es nicht. Okay. Ja, bis auf so 5, 6, 7 Sekunden. Ihr habt gesehen, wie Sam kurz ist in den Lüftungsschacht gegangen, nachdem wir zusammen rumgelaufen sind. Was? Der Sam ist in den Lüftungsschacht gegangen? Ja, der war auf einmal weg. Wir sind die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Ja, wenn er in den Lüftungsschacht gegangen ist, ist das auch da. Warte, mit wem ist der Klo rumgelaufen? Ich war erst in Midway, dann bin ich in Navigation rein. Hat Sam und Tempest gesehen, hätte auch einen von beiden oder beide abstechen können. Ich skippe. Ja, dann ist Niklas erst mal was. Weil der Rest hat ja anscheinend ein Alibi. Ich weiß halt nicht genau, wo ich sein kann. Sah halt so dumm aus, dass wir beide entgegen waren. Muten. Das Glück gehabt. Ich hätte dich doch 50 mal umbringen können. Also bist du der Impost, oder was? Mute. Hallo, mute euch noch mal. Hallo. 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 Das war's für heute. 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 Wenn jetzt jeder Kacktaube gewohnt ist. Wenn einer von euch gleich taun ist, das ist der andere. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.